Weltweit entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten neue Formen der urbanen Landwirtschaft und des Gartelns. Auch in La startete man im vergangenen Jahr mit dieser Aktion. Und auch heuer können die Stadtbewohner von La wieder Bereiche dieser landwirtschaftlichen Fläche pachten und hier zum Beispiel Gemüse und Pflanzen anbauen und ernten. Dieses Projekt soll das selber machen und damit auch den Bezug zur Produktion von eigenen Lebensmitteln ermöglichen. In La gibt es einige tolle Abhofverkäufe mit den unterschiedlichsten regionalen Produkten. Das Urban Gardening könnte den Kreis schließen, fast ausschließlich heimische Produkte im eigenen Haushalt zu verwenden. Ja, bereits im März 2017 starteten wir schon mit dem Urban Gardening und es haben sich Gott sei Dank wirklich viele Pächter gefunden, die hier die Möglichkeit gesucht haben, ihr eigenes Gemüse anzubauen. Und auch heuer wird diese Aktion wieder fortgesetzt? Ja, es haben sich schon die Vorpächter wieder gemeldet. Die wollen wieder ihr gleiches Beet haben. Dem Wunsch folgen wir natürlich sehr gerne. Und ich wünsche mir auch noch viele weitere Pächter, die sich gerne bei uns melden können, um im März wieder zu starten. Jetzt sieht man hier, das Feld wird jetzt demnächst noch vorbereitet. Ja, Herr Oberndorfer wird bis zum Start, bis zum Gardeln alles vorbereiten, damit dann wirklich angegardelt werden kann. Also diese Parzellen, die werden wir im Frühjahr auspflöckeln. Die werden 60 Quadratmeter sein, also sechs mal zehn in etwa. Und diese kosten für das ganze Jahr 30 Euro. Wann geht es jetzt los? Wann kann man sich bei euch melden? Also ich würde mir wünschen, dass sich ganz viele melden. Und das geht ab jetzt, kann man sich melden. Und im Frühjahr, also im Märzen der Bauer, heißt es immer, kann man schon losstarten. Es werden auch hier Wassertanks aufgestellt, damit die Möglichkeit zum Gießen besteht. Und eben ein Gartenhäuschen, wo die ganzen Werkzeuge eingesperrt werden können. Die Pächter können sich beim Gemeinderat Obendorfer, beim Herr Stadtratschäfer oder eben bei mir melden. Sie können dann im Frühjahr, sobald es eben hergerichtet ist, beginnen. Also es ist natürlich vom Vorteil, nur einjährige Sachen anzupflanzen, wie Salat, Paradeiser, Kartoffeln und so weiter. Also wie Erdbeeren oder so oder Riebiseln, das geht natürlich nicht. Weil wir sind ja im Herbst, wenn alles geerntet ist, wird ja alles wieder umgeackert. Und für das nächste Jahr im Frühjahr dann wieder vorbereitet. Generell ist es aber auch so, dass nicht nur Wohnungsbesitzer, sondern auch Hausbesitzer sich melden können und hier etwas anmieten können. Ja, freilich. Viele Hausbesitzer haben zwar einen eigenen Garten, aber möchten das Gemüsebett nicht im eigenen Garten haben, weil sie eben eine schöne Wiese haben wollen. Und daher ist hier die Möglichkeit gegeben. Für viele ist es gar nicht so einfach, etwas anzubauen. Man kann sich das oft gar nicht vorstellen, wie das ist, richtig Pflanzen zu setzen, diese zu hegen und zu pflegen und dann das Gemüse oder das Obst zu ernten. Ja, natürlich. Wenn man in einer Wohnung aufwächst, dann hat man ja gar nicht die Möglichkeit dafür. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass man das hier in Lauch anbietet, dass man wirklich hierher gehen kann, mit eigener Hand etwas pflanzt und mit Freude dann ernten kann und auch den Kindern weitergeben kann. Man kann ja mit den Kindern herkommen und das soll ja auch eine Art Kommunikation sein. Denn man muss ja nicht nur ein Kaffeehaus-Tratsch haben, man kann ja auch einen Gartel-Tratsch haben. Hier am Birkenweg befindet sich der Zugang zu den kleinen Feldern. Genau. Da hat bereits im Vorjahr, haben da die Schüler des Polytechnischen Lehrganges eine Eingangstafel hergestellt. Die Schrift ist leider etwas erblasst, darum haben sie es wieder heruntergenommen und sie wird attraktiviert und mit dem Schriftzug Garteln in Laar angebracht. Die Schrift ist leider etwas erblasst, darum haben sie es wieder heruntergenommen. Die Schrift ist leider etwas erblasst, darum haben sie es wieder heruntergetan. Die Schrift ist leider eine Eingangstie, aber es ist leider eine Eingangstie. Die Schrift ist leider etwas erblatt, darum hat sie es wiederher konntiert. Vielen Dank.